hallo ihr lieben da draußen an den monitoren ja schmatz und schlürfen ja das ist eine unart das durfte ich früher auch nicht weil das gehörte sich einfach nicht so nun hört euch mal das lied an und das ist wieder von peter jordan über sims recording habt viel spaß dabei hast du nicht zu beißen ist besser nicht und gaben die frage nach wie steck verdrängt den knurren bei deinem nabel kann schon sein dass du vergisst was man so bitte nennt die darauf gelten regeln das hier vom menschen trennt die ihre bäuche haben ihre eigene sich wie es da hineinkommt interessiert schmerzen und schlürfen hab ich nie dürfen fressen wie die schweine im stall schlürfen und schmerzen bis zum verblatzen als wäre es um allerletzten mal schmerzen und schlürfen hab ich nie dürfen fressen wie schweine im stall schlürfen und schmerzen bis zum verblatzen als wäre es um allerletzten mal es geht wie zu schlucken wenn so gespitzte lippen unbeirrt vom glieserrand ins leere nippen kann schon sein dass du vergisst was etikette war trotz erlernt der kinderstube ist uns allen klar leere bäuche haben ihre eigene sich wie es da hineinkommt interessiert sie nicht schmerzen und schmerzen bis zum verblatzen als wäre es um allerletzten mal schmerzen und schmerzen bis zum verblatzen als wäre es um allerletzten mal schmerzen und schmerzen hab ich nie dürfen fressen wie schweine im stall schmerzen und schmerzen bis zum verblatzen als wäre es um allerletzten mal schmerzen und schmerzen hab ich nie dürfen fressen wie schweine im stall schmerzen und schmerzen bis zum verblatzen als wäre es um allerletzten mal ähnelt